Der ehemals geteilt Der Stadt, die langsam wieder zusammenwächst. Eine Mauer hatte hier 28 Jahre lang normales, städtisches Leben behindert. Achtung, Sie verlassen jetzt West-Berlin, hieß die absurde Warnung auf einem Schild unmittelbar vor der doch unüberwindbaren Mauer. Das Brandenburger Tor wurde so zum weltweit bekannten Symbol der deutsch-deutschen Teilung. Heute kann hier jeder wieder frei und ungehindert das Berliner Wahrzeichen, das Brandenburger Tor, durchschreiten. Ein jeder kann so für sich die Öffnung von 1989 noch einmal vollziehen. Ganz so kann man es wieder durchschreiten, wie es sein Baumeister Langhans Ende des 18. Jahrhunderts mit seiner Vision von einem offenen Tor plante und wie es die Berliner seitdem auch gerne taten. Hören Sie mit, wie sich der Morgen des 13. August 1961, der Tag des Berliner Mauerbaus, für einen Reporter an diesem Ort anfühlt. Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa 1,5 Meter tief und 1,5 Meter breit. Es sind Volkspolizisten in ihrer Arbeitskleidung, es ist eingesetzt die Feuerwehr, Es sind eingesetzt die Beamten des Amtes für Zoll- und Warenkontrolle. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tor stehen etwa 30 LKWs, die hier die manche... Die Mauer gebaut, den Flüchtlingsstrom Tausender zu stoppen, trennte von jenem Tage an willkürlich Straßen, Häuser, ja sogar Familien. Diese Amateuraufnahmen aus den späten 70er Jahren zeigen die bewaffneten Grenzsoldaten und die immer perfekter gebaute Mauerversion. Vier Meter hohe, glatte Betonelemente, industriell in Serie gefertigt wie Kühlschränke. Jetzt wurde die glatte Mauer auf der Westseite immer öfter zum Bemalen mit politischen Parolen und Graffitis benutzt, was die Absurdität dieses Bauwerks umso deutlicher werden ließ. Der ständig bedrohlichen Präsenz der DDR-Grenzsoldaten zum Trotz entstand entlang der Mauer etwas Neues, Mauerkunst. Die Perestroika in der Sowjetunion begünstigte auch in der DDR ein neues Klima, das im Herbst 1989 seinen Höhepunkt fand. Hohes Checkpoint Charlie, Spurensuche und Spaziergänge entlang der ehemaligen Berliner Mauer. Wer heute vom Brandenburger Tor aus dem fließenden Verkehr in Richtung Potsdamer Platz folgt, spürt nichts mehr von der Bedrohung durch die scharf bewachte Mauer und den Todesstreifen. Nach Kriegsende gab es zwar durch Beschluss der Alliierten in Deutschland, wie auch in Berlin, vier Besatzungszonen, es gab jedoch überall, wie auch hier am Potsdamer Platz, einen viel genutzten kleinen Grenzverkehr. Doch nach dem 13. August 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer entstand auf dem Potsdamer und Leipziger Platz der breiteste Todesstreifen Berlins. Hierfür wurden nicht nur der U- und S-Bahnhof stillgelegt, auch Wohn- und Geschäftshäuser wurden abgerissen. In der roten Infobox, einem kleinen architektonischen Schmuckstück, erfahren wir heute alles über die Logistik der größten Baustelle Europas, aber nichts über ihre Vergangenheit. Hier dagegen der beliebte Potsdamer Platz in den 30er Jahren mit der Normaluhr, unter der man sich gerne verabredete. Bis zur Befreiung im Mai 1945 befand sich hier noch das Machtzentrum Hitlers. Kaum vorstellbar, dass dieser belebteste europäische Verkehrsknotenpunkt der Vorkriegszeit für lange Jahre in ein mit Panzersperren bestücktes ödes Brachland in ein Vakuum verwandelt wurde. Vom Potsdamer Platz aus gelangen wir mit der U-Bahn zum Ausgangspunkt unserer Spaziergänge. Es ist der ehemalige und wohl bekannteste Grenzkontrollpunkt des Kalten Krieges, Checkpoint Charlie. Auf unserer Skizze ist der alte Übergang durch zwei weiße Balken im roten Streifen markiert. Je mehr wir uns jedoch diesem Ort nähern, desto weniger lässt er sich heute noch im alten Kiez oder zwischen den neuen Bauten amerikanischer Star-Architekten wie Peter Eisenman und Philip Johnson lokalisieren. Und viele fragen, wo ist Checkpoint Charlie? Existierte er nur in den Agentenfilmen? Gab es ihn wirklich? Allein das bekannte Hinweisschild in den drei Sprachen der Alliierten scheint übrig geblieben. Und viele erzählten uns, wie dieser Holländer, von ihrer vergeblichen Suche. Ich habe lange nach den Resten der Berliner Mauer gesucht. Einige Stunden. Naja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass den Berliner der Sinn jetzt nach etwas anderem steht. Einige versuchen Hinweise in der Mauerstraße zu finden, entdecken dann vielleicht die Skulptur von Klaas Oldenburg, aber erfahren nirgends, dass diese Mauerstraße ihren Namen von der alten Stadtmauer erhielt, die schon im 18. Jahrhundert abgetragen wurde. Hat das neue Berlin alle Spuren verschluckt? Kommen Sie mit uns auf eine spannende Erkundungstour zwischen gestern und heute. Das Begehen dieses Terrains ist wie ein Museumsbesuch. Ein roter Streifen hilft uns an einigen Stellen, den ehemaligen Grenzverlauf zu rekonstruieren und führt uns zu noch erhaltenen Resten der Berliner Mauer, wie hier an der Niederkirchener Ecke Wilhelmstraße. Wir folgen den Verkehrslinien zwischen Ost und West, entdecken links und rechts des früheren Mauerstreifens architektonische Besonderheiten und in den Spuren der Straßen zwischen neuen Bauten und Ruinen, Bepflasterung und Fresken bis hin zu der noch erhaltenen Mauerkunst der Kreuzberger Eastzeitgalerie eröffnet sich für Sie die Geschichte in der Gegenwart neu. Erster Spaziergang rund um den Checkpoint Charlie. Sie können mit der Linie 6 bis zum U-Bahnhof Kochstraße fahren oder aber wie wir den 129er Bus nehmen. Wenn Sie den 129er an der Wilhelm-Ecke-Kochstraße verlassen, fällt besonders die grün gesprosste Fassade in einem roten Klinkerbau auf. Hier baute auf der Westseite, noch vor dem Mauerfall, der berühmte italienische Architekt Aldo Rossi. Hinweisschilder des Checkpoint Charlie Museums zeigen Ihnen den Weg zum Zentrum unserer Spaziergänge. Fast ein jeder, der hierher kommt, wird sich auf die Suche nach dem legendären Grenzübergang Checkpoint Charlie begeben. U-Bahn, Baustelle, Spielothek, Tabakshop, Fleischerei und Museum. Sie alle benutzen seinen Namen. Der konkrete Ort scheint verschwunden. Der Versuch einer Antwort auf die Frage, wo war Checkpoint Charlie, führt manchmal wie bei dieser Berlin-Besucherin zu Frust. Was mir traurig ist, ich habe zwei Kinder jetzt mit mir. Und ich habe so viel über die Mauer geredet. Und jetzt ist alles vorbei und es ist hier schwierig zu sehen, wie es war. Und manches Mal führt es sogar zu kleinen familiären Streitigkeiten. Hier empfehlen wir jetzt oder später den Besuch des dortigen Museums Haus am Checkpoint Charlie. Dort erfahren Sie genaueres und wissen dann... Im Juni 1961 benutzte der damalige Regierungschef der DDR auf einer Pressekonferenz das erste Mal das Wort Mauer, als er eine Frage zur Staatsgrenze der DDR beantwortete. Keiner der anwesenden Journalisten schien es zu bemerken. Ich verstehe Ihre Frage so. Dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten. Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Tatsächlich dauerte es über 30 Jahre, bis sich die Bauarbeiter wieder in der ganzen Stadt dem Aufbau widmen und man wieder frei und ungehindert zwischen Ost und West gehen und fahren konnte. Nur noch das Betonfundament des späteren Schlachtbaums vom DDR-Kontrollpunkt und das Foto auf diesem Baustellenschild zeugen von der starren Konfrontation an diesem Ort. Bevor das spätere Kontrollhaus des Checkpoint Charlie in der Mitte der Straße auf der Westseite und der dahinterliegende Schlachtbaum auf der Ostseite errichtet wurden, zwangen zunächst nur Straßensperren ohne Kontrollen die Autos zu Slalomfahrten. Begehrlich interessierte Blicke konnte der für Militärs kontrollfreie Übergang in Ost und West damals immer auf sich ziehen, denn an jeder hätte ihn gern, auch ohne Kontrollen benutzt. Die Situation spitzte sich zu, als die DDR plötzlich, entgegen der üblichen Geflogenheit, von westlichen Alliierten, wenn sie in Zivil nach Ost-Berlin wollten, verlangte, am Übergang einen Ausweis vorzuzeigen. Daraufhin rückten die Westalliierten am 25. Oktober mit zehn Panzern bis an den Grenzübergang vor. Danach kam es hier zur Konfrontation mit sowjetischen Panzern. Diese zogen sich jedoch am 28. Oktober wieder zurück. Vorerst gab es keine Fahrten mehr von westlichen Militärs und Zivilen nach Ost-Berlin. Im Juni 1990 wird das Kontrollhaus des Checkpoint Charlie dann im Beisein der Außenminister der USA, Frankreichs, Englands und der Sowjetunion abgebaut. Es kann heute im neuen Alliiertenmuseum in Berlin-Dahlem besichtigt werden. Das Museum Haus am Checkpoint Charlie, das bereits seit 1963 die Teilung der Stadt dokumentiert, ist an allen Tagen des Jahres von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Einen guten Überblick über die Geschehnisse vor und nach dem Mauerbau bis heute bieten Dauerausstellungen in Englisch, Französisch, Russisch und Deutsch. Täglich gibt es Filmvorführungen zu den Themen der Ausstellungen. Ehemalige Grenzsoldaten und Flüchtlinge teilen mit ihnen ihr Wissen aus erster Hand. Monatelang im Geheimen umgebaute Autos, Motordrachen und Heißluftballons sind hier ausgestellt und zeigen ihnen die Kreativität und den Wagemut der Flüchtlinge. Die umfangreiche Sammlung erstreckt sich über zwei nebeneinanderliegende Häuser über zwei Etagen. Nach dem Besuch des Museums gehen wir zurück zur Kreuzung Friedrich-Ecke-Zimmerstraße. Wir haben einiges über die Geschichte der Berliner Mauer erfahren und wissen jetzt, wo der wirkliche Checkpoint Charlie war. Wie die Mauer hier verlief, können wir uns uns schon viel besser vorstellen. Gehen wir nach rechts von der Friedrichstraße aus in die Zimmerstraße, weisen uns schon von Weitem die beiden Hochhäuser des Axel Springer Verlages den Weg. Auf der linken Seite befindet sich ein farbiges postmodernes Ensemble. Das neue Schützenquartier, wiederum vom italienischen Architekten Aldorossi entworfen. Blicken Sie links in die Charlottenstraße, ins ehemalige Ost-Berlin, dann sehen Sie eines der geflügelten Pferde vom Dach des Schinkelschen Schauspielhauses und eine goldene Figur von der Kuppel des Deutschen Doms vom nahegelegenen Gendarmenmarkt herübergrüßen. Vor kurzem ruten hier noch die alten, durch den Mauerbau obsolet gewordenen Reste der Ost- und Westverbindenden Straßenbahnschienen. Das neue Schützenquartier von Rossi, schon nach der Maueröffnung gebaut, zeugt vom rasanten Wandlungsprozess, den diese Gegend im Osten wie im Westen entlang der ehemaligen Mauer zurzeit erlebt. Auf der gegenüberliegenden Seite stand bis vor kurzem ein hölzernes Kreuz. Am 17. August 1962 wurde hier in der Zimmerstraße ein junger Bauarbeiter beim Übersteigen der Mauer angeschossen und eine Stunde schwer verletzt liegen gelassen. Keiner half wirklich. Erst nachdem er verblutet war, wird seine Leiche von DDR-Grenzsoldaten geholt. Das Ostberliner Haus, aus dem der Todesschütze gefeuert hatte, wird bald darauf gesprengt. Bleibt zu hoffen, dass das einfache Holzkreuz, das an diesen jungen Menschen erinnerte, nicht für immer verschwunden ist. Gleiches gilt für die Originalteile der Mauer und Grenzanlagen, die der Gründer des Museums Haus am Checkpoint Charlie, Dr. Rainer Hildebrandt, hatte retten können. Hoffentlich wird der Plan, sie vor dem Neubau eines Geschäftshauses an der Friedrich-Ecke-Zimmerstraße wieder auszustellen, realisiert. Wir befinden uns jetzt wieder an der Kreuzung Friedrich-Ecke-Zimmerstraße und können uns im Café Adler, einer alten, umgebauten Apotheke mit einem original erhaltenen Glasplafond, eine kleine Erfrischung gönnen. Aus dem Fenster erblicken wir das wunderschöne Fries an dem nahegelegenen Verlagshaus der Neuen Zeit. Seit der Maueröffnung kann es wieder von Nahem besichtigt werden. Wir folgen jetzt der Zimmerstraße nach links. Hier markierte im Februar 97 der Regierende Bürgermeister von Berlin persönlich mit einem roten Strich den ehemaligen Mauerverlauf. Allerdings verblasste die Farbe zu schnell und wird jetzt durch eine doppelte Reihe Wackersteine ersetzt. Auch in der heutigen Wilhelmstraße ist es schwer, die jüngst angebrachten Infotafeln zu finden, auf der Sie sich über die Geschichte des angrenzenden Prinz-Albrecht-Geländes informieren können. Nicht nur war hier bis zum Ende der Weimarer Republik eine der ersten Adressen des deutschen Staates, viele sahen sich hier in den Kellern des Prinz-Albrecht-Palais der Brutalität der SS zwischen 1933 und 1945 schutzlos ausgeliefert. Gegen viel Widerstand wird nun auf dem Gelände der ehemaligen nationalsozialistischen Terrorzentralen ein neues Dokumentationszentrum für die Ausstellung »Topografie des Terrors« gebaut. Die Mauer verlief hier quer über die Wilhelmstraße, zu sehen an diesem Foto, aufgenommen von der Westseite her. Ein mehr schlecht als recht durch einen ehemaligen DDR-Zaun geschützter Mauerrest ist hier noch zu sehen. Dieser Zaun bereitet vielen heute immer noch ungute Gefühle. Ein anderer Schutz wäre wünschenswert und wohl auch angebrachter. Auf dieser Tafel der Arbeitsgemeinschaft 13. August erfahren Sie, dass genau hinter der Westmauer auf der Fahrbahn der Todesstreifen war. Das ehemalige Göringsche Luftfahrtministerium lag auf der Ostseite der Mauer, der nach seinem Baumeister Martin Gropius benannte Ausstellungsbau auf der Westseite. Die Fresken auf dieser Seite des Baus blieben den Blicken ebenso wie die Benutzung des prächtigen Hauptportals bis zum Abriss der Mauer verschlossen. Ein davor in den Straßenasphalt eingelegter Kupferstreifen mit den Jahreszahlen der Berliner Mauer nennt uns den Grund dafür. Berliner Mauer 61,89 Gegenüber im Nach der Wende restaurierten preußischen Landtag auf der ehemaligen Ostseite ist heute der Sitz des Berliner Abgeordnetenhauses. Wir laufen weiter zur Stresemannstraße und sehen auf der anderen Seite den Neubau der iranischen Architektin Sahar Hadid, der viele an ein großes Schiff denken lässt. Vielleicht haben Sie jetzt Zeit und Lust zu einem Ausstellungsbesuch im Martin-Gropius-Bau. Oder Sie gehen die Stresemannstraße weiter bis zum stehen gebliebenen Portikus des historischen Anhalter Bahnhofs. Auf dieser Infotafel können Sie etwas über die nähere Kreuzberger Umgebung erfahren. Sie können dann mit der S-Bahn fahren oder zu Fuß die Stresemannstraße in Richtung Potsdamer Platz zurücklaufen. Wenn Sie sich über die zahlreichen Bauprojekte informieren wollen, besuchen Sie die rote Infobox. Das hier am Potsdamer und Leipziger Platz rechts und links der Mauer herrschende Vakuum füllte sich sofort nach der Maueröffnung schnell wieder mit Leben. Die Menschen, die hier kreuz und quer über den Platz laufen, scheinen nichts mehr von seiner jüngsten Geschichte zu ahnen. Weder etwas vom niedergeschossenen Aufstand in der DDR, noch, dass ihnen hier später eine Mauer plötzlich ihren Weg versperrt hätte. Gehen Sie weiter in Richtung Brandenburger Tor, kommen Sie am ehemaligen Nazi-Hauptquartier und den früheren Ministergärten vorbei. Auch hier wieder auf der Ostseite der Mauer eine öde Brachlandschaft, wartend auf das Neue. Auf der anderen Straßenseite bietet Ihnen der Tiergarten eine wunderschöne Gelegenheit, sich von den Strapazen unseres Großstadtspazierganges zu erholen. Dieser in Europa einmalig große Innenstadtpark war einst ein Wildgehege der Kurfürsten. Seine heutige Gestalt wurde von Peter-Josef Lenné, dem Generaldirektor der Königlichen Gärten in Preußen, Stück für Stück dem König abgerungen. Das Brandenburger Tor war der Eingang zur Stadt vom Tiergarten her. Es ersetzte Mitte des 18. Jahrhunderts das schlichte Holztor. Von den 14 Stadttoren gibt es heute nur noch das Brandenburger Tor. Vorbild für das heutige Tor von Karl Gotthard Langhans waren die Athener Propyläen. Gekrönt ist es mit der Quadriga von Schado, einem in Kupfer getriebenen Viergespann mit der hoch oben stehenden Friedensgöttin Viktoria. Hungernde Berliner machten 1945 aus dem Vorplatz einen Gemüsegarten, nicht ahnend, dass hier für viele Jahre eine Mauer stehen würde. Die Luftaufnahme zeigt deutlich den Mauerverlauf vor dem Brandenburger Tor und auf der Ostseite die Trostlosigkeit des zur Brache verkommenen Pariser Platzes, den die Berliner bis zur Maueröffnung nicht mehr betreten durften. Heute hindert sie beim Überqueren des Platzes vor dem Brandenburger Tor keine Mauer mehr. Lediglich den rasanten Verkehr müssen sie dabei beachten. Auf ihrem Weg kommen sie an einer Gedenkstätte mit weißen Kreuzen vorbei. Hier wird der Menschen gedacht, die bei Fluchtversuchen umkamen. Nach neuster Auswertung von DDR-Unterlagen waren es 235 Tote. Die beiden letzten Toten waren der 32-jährige Winfried Freudenberg, der im März 1989 mit einem selbstgebastelten Ballon über West-Berlin abstürzte und der 20-jährige Chris Geffroy, der kurz vorher im Februar bei seinem Fluchtversuch erschossen wurde. Sofort nach Bekanntwerden der Maueröffnung, noch in der Nacht vom 9. zum 10. November, kamen die Menschen voll Freude hierher. Das Wissen um die tödliche Gefahr hinderte sie nicht, auf die immer noch scharf bewachte Mauer zu klettern, denn erst Weihnachten 1989 wurde das Brandenburger Tor wieder für alle geöffnet. Heute ist der Platz um das Brandenburger Tor wieder ein beliebter Treffpunkt, nicht nur für die Berliner. Viele kommen hierher, um das bunte Angebot der Straßenhändler zu bestaunen und vielleicht sogar ein Schnäppchen zu ergattern. Langsam bekommt der Pariser Platz seine elegante Gestalt wieder zurück. Schon 1772 war die Straße unter den Linden die Premiere-Promenade de Berlin. Eine vierfache Reihe von Linden und Kastanien spendete Ruhe und tausende von Berlinern kamen hierher, um bei schönem Wetter unter den Linden zu promenieren. Heute können sie dies auch tun oder sie setzen sich in eine der Velotaxen und lassen sich kutschieren. Danach flanieren sie zur Friedrichstraße. Seit kurzem wieder eine sehenswerte Einkaufsmeile und zum Bummeln einladend. Folgen sie wieder der Zimmerstraße in Richtung der beiden Hochhäuser. Die Mauer verlieh hier in einer großen Biege von der Zimmerstraße kommend quer über die traditionsreiche Lindenstraße. Ein Teilstück dieser alten Berliner Straße wurde vor kurzem trotz zahlreicher Anwohnerproteste in Achsel-Springer-Straße umbenannt. Abrupt endet die Lindenstraße vor einem noch zu DDR-Zeiten gebauten Querriege und den daneben gesetzten Hochhäusern. Wie so oft in West-Berlin wurde auch hier keine Rücksicht auf historisch gewachsene Stadtstrukturen genommen. Zu Fuß können sie zum ältesten Stadtteil Berlins zum nahegelegenen Nikolai-Viertel laufen oder vom U-Bahnhof Spittelmarkt aus einen Abstecher in die alte und neue Mitte Berlins machen. Oder sich etwas auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Spindlerbrunnen erholen. Zurück zur Lindenstraße. Biegen Sie nun in die Kommandantenstraße ein, dann sehen Sie die neue offene Glasfassade der Bundesdruckerei. Auch in der alten Jakobstraße gibt es einige bemerkenswerte Gebäude, die erst nach dem Mauerfall errichtet wurden. Sie können jetzt zu Fuß dem weiteren Mauerverlauf noch erkennbar an den Brachflächen zur Ostseite hin bis zur Heinrich-Heine-Straße folgen oder aber in der Oranienstraße für unseren sechsten Spaziergang und wieder mit dem 129er-Bus in Richtung Kreuzberg bis Moritzplatz fahren. Auch hier beendete die Mauer urbanes Leben. Verkehrswege wurden abgeschnitten, zahlreiche Häuser mussten dem Grenzübergang Heinrich-Heine-Straße weichen. In die Sebastianstraße laufen Sie jetzt rechts hinein. Die Mauer war auch hier, wie so oft, fast bis an den Rand des Bürgersteiges gebaut. Die Mauer verlief dann weiter in die Waldemar-Straße am Engelbecken vorbei in Richtung Spree, dem Betaniendamm folgend. Hier ist das noch erhaltene Engelbecken deutlich zu erkennen. Anfangs sollten Sichtblenden die Kontaktaufnahme der Menschen verhindern. Später wurde es unter Bauschutt begraben, um einen besser kontrollierbaren Todesstreifen anzulegen. Auch in diesem Mauerabschnitt gab es Fluchtversuche und Tote. Den Toten wurde vor dem Eckhaus an der Waldemar-Straße eine kleine private Gedenkstätte errichtet. Ende der 70er-Jahre gab die Mauer auf der Westseite nicht nur vielen Künstlern eine öffentliche Arbeitsfläche, sondern auch fielen einen Wohnplatz. Sie nutzten einen Streifengelände der DDR, die die Mauer oft fünf Meter zurückversetzt gebaut hatte. Für die Menschen, die in diesen Bauwagen lebten und Wagenburgler genannt werden, war der Abbau der Mauer wie das Verschwinden einer ihrer Wohnzimmerwände. Wie überall wurde auch hier die Öffnung der Mauer jubelnd begrüßt. Die DDR-Grenzer hatten ihre Posten von einem Tag auf den anderen verlassen, die Wagenburgler fanden auf dem ehemaligen Todesstreifen ein neues Quartier und auf dem Niemandsland hielten die Anwohner beider Seiten ihr Sonntagspicknick ab. Jedoch war die Freude der Wagenburgler über ihr Ausweichquartier nur kurz. Stück für Stück wurde die Mauer abgetragen, private Firmen stellten ihre Lastwagen zur Verfügung, um die verhassten Mauerteile so schnell wie möglich abzutransportieren. Im Hintergrund sehen Sie die von der DDR immer weiß gehaltene Ostmauer. Bald wird auch hier nichts mehr von der Mauer oder den Wagenburglern zu finden sein. Das Engelbecken mit dem alten indischen Brunnen ist schon restauriert und das umliegende Brachland wurde für den Standort Berlin-Mitte schnell zum lukrativen Baugrund. Wir folgen jetzt dem Betaniendamm und sind auf der Westseite der ehemaligen Mauer im Berliner Stadtbezirk Kreuzberg. Wie Sie sehen, lief die Mauer auch hier eng am Bürgersteig entlang, denn sie folgte meist stur den eigentlich unsichtbaren und für die hier lebenden Menschen kaum bedeutsamen Bezirksgrenzen. Wer also gegenüber am Engeldamm wohnte, war plötzlich auf der Ostseite der Mauer. Deutlich sind die Panzersperren der asphaltierte Weg für die Fahrzeuge der Wachposten und im Vordergrund die Westmauer zu sehen. An einigen Asphaltstellen im Kopfsteinpflaster des Engeldamms ist der Mauerverlauf hier noch erkennbar. Die Restaurierung des früher zwischen Landwehrkanal und Spree führenden luisenstädtischen Kanals als Grünanlage hat schon begonnen. Auch hier hatte sich ähnlich wie mit den Wagenburglern in der Waldemarstraße eine westliche Subkultur angesiedelt. Angefangen vom fröhlichen Treiben auf einem Kinderbauernhof und in einer britischen Gauklerkolonie bis hin zu einem türkischen Gemüsegarten und dem Georg-von-Rauch-Haus für jugendliche Trebegänger konnte alles am Fuße der Thomas-Kirche neben der Mauer gedeihen. Ja, ihre Ära überdauern. Plötzlich im April 1990 war da ein Loch in der Mauer. Keiner wusste, wie es entstanden war. Hier wurde auch nicht mehr wie an anderen Stellen noch kontrolliert. Die Mauerspechte leisteten Tag und Nacht gründliche Arbeit. Das große Tabu, die Mauer wird so durch ihre täglich unaufhaltsam fortschreitende Zerstörung endlich überwunden. Die jahrelange Gewalt, die von ihr ausging, zerbröselte zu Krümeln, verstreut als Mauersouvenir in die ganze Welt. Lediglich im Asphalt, der unter ihrer Betonlast Falten warf, blieben einige Farbspuren der Mauerbemahnung. Aber auch hier wurden die Spuren zu schnell beseitigt. Direkt neben der ehemaligen Mauer finden sie den Park des früheren Betanien-Krankenhauses. Sie können von dort zum Mariannenplatz laufen. Ein Besuch des heutigen Hauses für zeitgenössische Kunst lohnt sich auf jeden Fall. Dann gehen sie zurück zur erst kürzlich restaurierten Thomaskirche. Wohin man vorher 28 Jahre lang nur sorgenvoll blicken konnte, macht es heute keine Mühe mehr von der einen zur anderen Seite zu laufen. Nur die alten Brunnenbecken und die Laternen, im Volksmund Russenlaternen genannt, sind stumme Zeugen vergangener Zeit. An den Häusern und Hofidillen lässt sich jedenfalls kein Ost-West-Unterschied mehr festmachen. Hier die Mauer aus der Ostperspektive. Deutlich ist links ein inoffizieller Durchgang sichtbar, dessen Existenz von Seiten der DDR immer bestritten wurde. Die Köpenicker Straße endete direkt an der Mauer. Die bis 1961 üblichen Verkehrswege wurden auch hier durch den Mauerbau unterbrochen. Heute ist die Köpenicker Straße wieder eine vielbefahrene Durchgangsstraße. Nur noch die auf Brachen besonders gut gedeihenden Mohnblumen erinnern an die hier entlangführende Mauer mit ihrer tödlichen Gefahr. Von der nach der Wende wiederhergestellten Schillingbrücke blicken wir zur Oberbaumbrücke, auf der am 10. November 1989 ununterbrochen Tausende nach West-Berlin strömten. Unter uns fließt die Spree. Auch hier scheinen die Wassermassen die Grenzanlagen verschlungen zu haben. Hinter der Schillingbrücke biegen wir rechts in die Straße gegenüber dem heutigen Ostbahnhof, der, als Ost-Berlin noch Hauptstadt der DDR hieß, Hauptbahnhof genannt wurde. Bis 1989 durften sich normale DDR-Bürger auf dieser Straßenseite der Mauer nicht aufhalten. Nicht nur deshalb war sie frei von Graffitis. Erst im November 1990 wurde die Eastside Gallery von einem schottischen Künstler ins Leben gerufen. 118 Künstler aus 21 Ländern, wie zum Beispiel Thierry Noir, gestalteten die 1,5 Kilometer. Einige Bilder wie der Brezhnevkuss erlangten Weltruhm. Eigentlich steht die Mauer seit November 1991 unter Denkmalschutz. Trotzdem ist das Ganze hier dem allmählichen Verfall preisgegeben, da die Frage, wer die umfangreichen Instandhaltungskosten trägt, noch nicht geklärt ist. In der Nähe der Oberbaumbrücke können Sie für die Fahrt zurück in die Innenstadt die U-Bahn oder die S-Bahn nehmen oder mit dem Fahrrad bzw. mit dem Auto den Hinweisschildern zum Zentrum Berlins folgen. Wo ist Checkpoint Charlie? Den Ort haben wir gefunden. Wo aber ist das berühmte Kontrollhaus? Als ob die Menschen das Haus auf ihren Schultern an die Peripherie der Stadt getragen haben, finden wir es nun im Hof des Alliierten Museums. Die friedliche Präsenz der Massen, die keine Gewalt anwenden wollten, entmachtete die Kontrollen auch am Checkpoint Charlie. Heute ist der Checkpoint im Alliierten Museum in Berlin-Dahlem ein museales Ausstellungsstück. Die Zeit und die Menschen sind darüber hinweg gegangen. Anhand von Originaldokumenten, die teilweise aus dem Archiv des Museums sind, umreißen wir kurz die geschichtliche Situation Berlins seit 1945. Zwar bildeten die vier Alliierten nach Kriegsende in Deutschland und Berlin Besatzungszonen, das Potsdamer Abkommen von 1945 gewährte jedoch allen Deutschen gewisse demokratische Rechte und Freizügigkeiten. Man konnte, wie diese historischen Aufnahmen vom Potsdamer Platz zeigen, einfach von West nach Ost und umgekehrt gelangen, von gelegentlichen Kontrollen abgesehen. Am 17. Juni 1953 kam es zu einem ersten Aufstand in der DDR. Die Sowjets verhängten den Ausnahmezustand, ließen Panzer auffahren und auf die sich mit Steinen wehrenden Menschen schießen. Selbst die DDR-Führung sprach von 25 Toten. 1400 Menschen wurden zu lebenslänglich Zuchthaus verurteilt. Der politische Druck der DDR-Führung nahm immer mehr zu und die wirtschaftliche Lage besserte sich für die meisten auch nicht. Täglich kamen mehr Menschen zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, um im Westen zu bleiben. Weit über dreieinhalb Millionen haben seit 1945, weit über zweieinhalb Millionen in den letzten zwölf Jahren seit der politischen Trennung ihre Heimat in der Sowjetzone verlassen. Sie tun das, was nicht genug hervorgehoben werden kann, unter Zurücklassung von Hab und Gut. Was hatte Walter Ulbricht noch im Juni 1961 gesagt? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu erwischen. Trotzdem gab es für die Berliner am 13. August ein böses Erwachen. Schon in der Nacht waren am Brandenburger Tor Schützenpanzerwagen und Wasserwerfer bis unmittelbar an die westliche Sektorengrenze vorgerückt und unter diesem Schutz markierten die DDR-Soldaten den späteren Mauerverlauf. Früh am Morgen wird das Straßenpflaster aufgerissen, um Betonpfähle für Maschendrahtzäune und Stacheldrahtsperren zu errichten. Betrachten Sie das folgende Tondokument weniger von seinem Inhalt her, vielmehr als ein Beispiel für die damals herrschende Atmosphäre in der DDR. Und einige Gegner waren also der Meinung, die Arbeit am Bauernmacht ist noch nicht so stark, dass es imstande ist dem Gegner einen Schlag zu versetzen. Wir haben es mal ausprobiert, wie es geht, ja? Wir sind ganz gut, ja. Ja, wir sind ganz gut. Wir wollen nicht schnell. Wir wollen nicht schnell. Was? Alle Befehle wurden binglich ausgeführt, ja? Alle waren zur Zeit dort, wo sie hingehörten, ja? In den Betrieben und unsere nationale in der Volksarmee, ja. Die Kampfgruppen haben kommen in den Betrieben waren auch da. Außerdem, zur Unterstützung, nicht wahr, stehen auch einige Panzer der Sowjetarmee in Reserve, ja? Damit es beim Gegner keine Missverständnisse gibt. Unterstützt von der Sowjetunion und den übrigen Staaten des Warschauer Paktes errichten bewaffnete militärische Verbände der DDR in 193 Straßen in der Berliner Innenstadt Sperren. West- und Ostberliner stehen plötzlich vor Maschendrahtzäunen und Stacheldraht. Ein paar Tage später schon vor einer Mauer. Ihnen wird so der gewohnte Weg versperrt. Auf acht S- und vier U-Bahnlinien wird der Verkehr für die nächsten 28 Jahre unterbrochen. Viele Firmen im Westen stehen von einem Tag auf den anderen ohne ihre Ostberliner Arbeiter da. Wasser, Elektrizität, aber auch Theater, Oper und Musik müssen im Westteil Berlins neu organisiert werden. Hier der erste flüchtende Soldat, der bereits am 15. August über den trennenden Stacheldraht springt. In seiner Rede vor dem Rathaus sagte Brandt am 16. August Die Panzer, die in Stellung gebracht wurden, um die Massenflucht aus der Zone zu stoppen, diese Panzer haben unter ihren Ketten den gültigen für Mächte Status Gesamtberlins zermahlen. Aber mit dieser Feststellung können wir uns nicht begnügen. Das Ergebnis eines schreienden Protests kann nicht ein papierender Protest sein. Jedoch aller Protest war vergeblich. Schon wenige Tage nach dem 13. August wird mit dem Bau einer Steinmauer begonnen. Viele versuchten dem, wie hier in der Bernauer Straße zu entkommen. Für einige endete dies tödlich, einige waren erfolgreich. Als das Zumauern zuerst der unteren, später auch der oberen Fenster zum Westen hin nichts half, werden die Häuser einfach abgerissen. Die stehen gebliebenen Fassadenteile bildeten nun die Mauer. Deutlich sichtbar die so entstandene Brache mit Panzersperren und Wachtturm. Selbst in den Gewässern werden Todesfallen installiert. Immer wieder versuchen Menschen zu flüchten. Durch diesen Fluchttunnel, an dem ein halbes Jahr im Geheimen gebaut worden war, gelangten 57 Menschen in den Westen. All dies hinderte die Menschen auf beiden Seiten nicht, wenigstens durch Zuwinken einen minimalen Kontakt aufrecht zu erhalten. Da die Grenzsoldaten der DDR meist gezielt auf sogenannte Grenzverletzer schossen, sind bis November 1963 schon mehr als 60 Tote zu beklagen. Jubelnd und voll Hoffnung wird der damalige Präsident der USA, John F. Kennedy, 1963 von den Westberlinern empfangen. Weihnachten 1963 können die Westberliner dann zum ersten Mal seit 1961 ihre Verwandten im Ostteil der Stadt wiedersehen. Trotz Schnee und klirrender Kälte warten tausende Stunden lang im Freien um ein Tagesvisum zu erlangen. Innerhalb von 18 Tagen gibt es 1,2 Millionen Besucher. Bis 1966 erleben wir drei weitere solcher Abkommen. Der Kalte Krieg scheint von einer Tauwetterperiode abgelöst zu sein. Danach wird es wieder zunehmend frostiger. Erst sechs Jahre später 1972 gibt es wieder neue Besuchserleichterungen. Fertigbetonteile und halbrunde Röhren brachten die Mauer scheinbar zur Perfektion und auf eine neue Gesamthöhe von vier Metern. Bald umgab West-Berlin eine 160 Kilometer lange militärisch gesicherte Absperrung, der sich die Menschen auf der Ostseite bis auf 100 Meter nicht mehr nähern durften. Dazu gab es einen Kontaktzaun, der bei Berührung entweder optische oder akustische Signale auslöste. Auf einem Gelände von über 45.000 Quadratmetern wurden rings um West-Berlin Häuser wie zum Beispiel hier an der Bernauer Straße abgerissen. Grünanlagen wie das uns schon bekannte historische Engelbecken zerstört, um zur besseren Kontrolle einen zum Teil mehr als zehn Meter breiten Todesstreifen anzulegen. Grund für die heute noch sichtbaren Brachen entlang des ehemaligen Mauerverlaufs. Untertitelung Vielen Dank. Vielen Dank.